Und so weiter geht´s. Seid gegrüßt die Nimmzwerge, die Nummer Hobbits und Edgar nimmt zu einem neuen Part. Super Mario Party mit dem Zwergenfürst. Ja, hier haben wir im letzten Part aufgehört. Runde Nummer 6 oder 7. Runde Nummer 7. Jo. Und Peach holt sich gerade ihren zweiten Stern ab. Ja, geht ja schon super los in diesem Part. Alles klar. Lina Spitze. Super Start für den Part. Stern erhalten. Die Pechsträhne hat im letzten Part schon so geendet. Der letzte Part hat schon so mit dieser Pechsträhne beendet. Muss ja so gehen. So, Toilette bringt den nächsten Stern dorthin. Okay, schauen wir das mal schneller als das andere Team dort sind. Team Knochtrucken. Und würfeln wir. Da kommt Bowser. Da kommt Bowser. Würfle. Und 6. Nice. Oh, der mit seinem Würfel. Der vergeudet unsere Münzen. Am Ende haben wir keine Münzen mehr um uns Sterne zu kaufen. Okay. Wie machen wir das am klügsten? So nicht. Warte. Mir keinen Schritt verschenken. Ja, machen wir erstmal so. Es sind nicht viele Schritte aber es reicht. Glücksfeld. Nice. Und 5 Münzen. Nice. Und 5 Münzen. Nice. Pini-Mini-Spiel. Ja, nice. Was ist das? Knips-Kählerei. Aha. Ok. Was müssen wir hier machen? Welche Knips-Kählerei? Regen und Boxen. Ah, ok. Foodbombe. Los, den Milchubsen. Nein, nein, nein. Ich will der einzige sein. Cool. Am meisten vorne ist gewinnt. Nice. Das ist ein cooles Spiel. Koopa fotografiert. Jo. Das wäre ein Volltreffer gewesen. Ah, weg da, weg da, weg da, weg da. Cool. Volle Pullen. Na. Weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. Wow. Ich sammle hier die Punkte ein. Ich bin halt richtig voll zu gehen. Weg da, weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. Ich bin der einzige hier. Neun Punkte. Nein, nur ein Punkt. Ach, verdammt. Ich habe ihn noch von kommen sehen. Weg da, weg da, weg da. Nice, 13 Punkte, das erste Lot, volle Pulte drauf, 16 Punkte, abisst ihr euch, fast als einzige drauf, der Sieger reist Knochentrocken, Team Knochentrocken gewinnt, Fotogen, Neussens, Team Münzen können wir gebrauchen, unverändert erster Platz, ja, haben zwei Sterne, wir müssen besser würfeln, also hast du gehört, besser würfeln in Runde 8, aufgepasst, es sind noch drei Runden zu spielen, da lohnt sich doch ein kurzer Blick auf die aktuelle Platzierung, Team Peach ist in Führung, Team Knochentrocken ist Zweiter, ja, das ist ernüchternd, Team Peach ginst durch tolles Teamwork und wird schwer zu schagend sein, welches Team wird wohl gewinnen, hören wir uns die Meinung des Gastexpertin an, hier ist er, darf ich um Applaus bitten, dann, wumms, ach was, Gast auf dieser Map, wer es glaubt, Team Knochentrocken wird offensichtlich gewinnen, das ist bei diesem Selbstbewusstsein gar keine Frage, äh, ok, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber gut, wenn du es meinst, so Leute, hierfür erhält Team Knochentrocken folgende, oder eine Goldröhre, na das ist ja goldig, dann können wir direkt zum Stern, zum nächsten Stern flitzen, na das jetzt nur noch glatt mal, wir nähern uns dem Spielende, und das heißt, die Zahl der Sterne, die man auf einmal bekommen kann, hat sich verdoppelt, das kann die Partie entscheiden, also arbeitet gut zusammen, das heißt, wenn wir auf ein Feld kommen, zu zweit, zusammen, haben wir dann vier Stern, na das kann alles bedeuten, na immer noch nicht nervös, das kann nicht nachhelfen, im Spiel macht doch nur Spaß, wenn es richtig zur Sache geht, oh, noch düstere Felder, oh Kamek hat die Pechfelder noch schlimmer gemacht, ja gut, ähm, das letzte Pechfeld auf dem Bowser gelandet ist, das war jetzt auch nicht so schlimm, die letzten 3 Runden stehen an, stimmt auch, gut ab und geht alles, abstimmen, ja mit Bowser oder was, ist natürlich ein bisschen blöd, wenn jetzt, oh, unser Junior, ja den müssen wir uns holen, Team Peach ist dran, die hat keine Goldröhre, da hoffen wir mal, dass zwar schneller sind als die, und dass die mit ihren Würfeln nicht so schnell da sind, wie wir mit unseren Goldröhren, die mit unseren Goldröhren, ja, die haben wir viele, oh nein, Peach holt sich den Stern, und zwar im ganzen Team, wie es ausschaut, oh Schande, wie viele Sterne kriegt die jetzt, 2, oh nein, ach du Schande, das jetzt schon haus ruhig im Vorsprung, Naja, müssen wir jetzt wohl zu zweit auf dem Feld kommen, kriegen wir vielleicht vier, wenn ich es richtig verstanden habe, hm, dann haben wir, vielleicht kriegen wir das mit der Goldröhre hin, die Peach ist in Führung, ach das ist ja was ganz Neues, kriegen wir das hin, mit der Goldröhre, auf einen Fels zu kommen, also auf die nächsten Sternen zu kommen, so tut jetzt, dann wäre es möglich, aber wenn wir jetzt zwei Sterne kriegen, deswegen haben wir trotzdem drei, tja, bringt es trotzdem nichts, ja, abstimmen ist unten, kommen natürlich jetzt relativ blöd, Items, ich probier es einfach mal, das ist ein bisschen blöd, weil wir beide in der Nähe sind, aber gut, wir können es gebrauchen, ist es jetzt nur für Knochen tragen oder was, was mit Bowser, mit Bowser, hm, normaler Würfel, auf geht's, Bowser, du kommst bitte hinterher, Würfel ist eine entsprechend hohe Zahl, wer sagt, der denn zwei gewürfelt hat, neun und sieben, ja, ich brauche es ja nicht so viel, ja, ok, er holt sich den Stern, dann bin ich gleichzeitig mit ihm drauf, so, mach mal so, nein, kacke, bin ich gerade an dem Feld vorbeigelaufen, ich bin doch ein Blödmann, ich bin gerade ersthaft an dem Sternfeld vorbeigelaufen und Bowser auch, mit der Goldröhre bin ich, ach du Scheiße, ich habe die Goldröhre verschenkt, das war so nah dran, ach, Facetime des Todes, Facepalm, Mensch, ich war zu blöd, um es zu schneiden, jetzt habe ich die, ja, jetzt habe ich das verdient, jetzt habe ich es verdient, wo muss es denn hin, ins grüne Tor muss ich, oder, ja komm, Fußball, nein, 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 nix da, piech, piech, nein, 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 nein Das Runde muss ins Eckige Fußball Ah Bowser was machst du denn? Ich muss da rüber Bowser Bowser Wohin denn? Ah Z geht vorbei und kein einziges Tor wurde geschossen Na komm Ich bin besser als ein Tor vom Gegner 0 zu 0 Gleichstand Nice Unentschieden Ja Auch nicht gut Auch nicht schlecht Jetzt beide was Ach das ärgert mich jetzt so Ah Verdammt Hab ich die Goldröhre Verpackt Aber wir sind am nächsten dran Ich glaube die kommen so schnell nicht So ein Stern Als seien die Würfel jetzt eine hohe Zahl Ich habe mich natürlich das letzte Mal immer verwürfelt Mann Ich habe es verkackt 15 und 12 Warum würfeln die immer so hohe Zahlen Und ich mit meinen Verbindeten Wow die sind doch schon fast da Du musst halt nur eine hohe Würfelzahl haben Und schon bist da Fast schon am Ziel Mario Mario Stehen geblieben Halt stopp Mario Mario Und du holst dir nicht den Stern Ich verbiete es dir Mario ist da Ja so nah dran Ach die Schande Ok jetzt bin ich dran Puh Na komm Ja die Münzen Der Gold Bowser Sehen wir das mal wieder Der mit seinem Energy Drink Na komm Ja Brauchen wir eigentlich nicht mehr viel Sieben Acht und Elf So zurück Nein 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 das ist schlecht Am besten genau auf das Ding schlanten Das kriegen wir doch hin oder Jau Genau auf dem Ziel Bowser bitte auch Wenn ihr uns nimmt Zu dem Spielende Ja jetzt habe ich 3 Sterne Jetzt muss Bowser nur drauf kommen Na der ist dann auf dem nächsten Ja 3 3 3 Sternwitzen gegen 4 Wir spielen trotzdem noch nichts Während in der letzten Runde kommt jetzt Wahrscheinlich nichts Zum Zu dem nächsten Stern Ja es sei denn wir hätten eine Goldröhre Hm Na Kommt der jetzt drauf oder was Nice Bowser holt sich die nächsten 4 2 Sterne Ja so kann das nicht durchgehen Oder ziehst du das um Und dann haben wir gewonnen Bowser du bist spitze Na 2 Sterne für uns Damit dürfen wir jetzt 5 haben Ja Nice Damit führen wir Auf dem selben Feld gelandet Ja Damit kann man 4 Sterne kriegen Von 1 auf 5 Nice Das Haben wir es mal bewiesen Dass das geht Die Truhen hätte man noch öffnen können Das wäre man Da ist das auch gewesen Hätten wir mal zeigen können Da hätte man den Schlüssel nehmen können Der hätte Ich habe es im letzten Part am Ende gelesen Wurde angezeigt im Menü Ja hier gibt es 2 Sterne Ich sehe es aber nicht Dass die das jetzt in den letzten Runden noch Bekommen In eisigen Höhen Ach das hatten wir doch schon Dass Peach und Mario das jetzt noch hinkriegen Ach ne Ach ne Die haben aber auch Lack hier mit ihren Würfeln Ne Aufhören zu drehen Wenn es Jetzt weg ist Ja Ich hoffe es vielleicht höher zu kommen Da oben drauf bauen Na Und da noch oben drauf Na Und da noch oben drauf Na komm Na komm Noch ein bisschen Noch ein bisschen Pfff Sie sind trotzdem höher Na Knapp aber Ja 11 3 7 10 9 2 9 Sehr knapp Na ja um 1 cm Es geht Na ja sei ihm geschenkt Und Unverändert Erster Team Knau Yo Na ja Letzte Runde Das soll sich jetzt bitte nicht ändern Die Team Peach wird jetzt natürlich wieder 528 und ist dann natürlich wieder Ist dann gleich am nächsten Stern dran Ich kenn es doch jetzt in der letzten Runde Die können nicht mehr einsetzen Wenn wir jetzt eine Sternröhre hätten Ja Eine Voltröhre Ach Ne Erzähl mir nichts Erzähl nicht Erzähl nicht Er Dann hoff ich nicht dran vorbei Die Erzähl nicht Na Wir sind jetzt dorthin Ja Letzte Runde Die können nicht mehr einsetzen Ich auch Ähm Ja Ich würfel nochmal mit dem normalen Würfel Na komm Bitte nimm der 6 Bitte nimm der 6 Bitte nimm der 6 Nice Danke Spiel Geh mal mit ihren Ängsten Mit 12 So Will Bowser lang Ja Schafft man eh nicht mehr bis zu Ende Wie wäre es denn wenn ich da oben lang gehen würde Na ja Da kommt man auch nicht mehr an Noch ein gutes Fels treffen So Da müssen wir eh lang Früher Bleibt noch nicht mehr viel übrig Hier hinter Bowser stehen bleiben Noch das Glücksfels treffen Ne Das treffe ich eh nicht mehr Früher Ich komme zu dir Und Gemeinsam Hier Und über Mario nochmal hüpfen am Ende Einmal drauf trampeln auf den Gegner Und dann haben wir es überstanden Letztes Minispiel Ja Jetzt ist nichts mehr rettbar Es sei denn durch die Bonus-Sterne Es sei denn durch die Bonus-Sterne Da gab es ja noch sowas Wie die Bonus-Sterne Wie die Bonus-Sterne Nö Hoffen wir mal nicht Wir haben uns angestrengt Vielleicht kriegen wir auch noch ein paar Bonus-Sterne 3 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 4 3 6 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 6 7 7 8 7 8 8 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 14 15 14 20 20 21 22 22 21 20 22 23 25 24 26 26 27 Welches Team gewonnen? Als Trommelwirbel? HOOOOOOOHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Haben mal wieder die Guten gewonnen. Das ist wie es immer sein muss. Das ist wie in jedem Märchen. Das ist doch langsam mal langweilig. Das ist... die Bösen, Fadigan und die Guten. Ja, wenn... Das ist doch... Das ist doch zum Kotzen. Mario und Peach gewinnen Es ist, als ob man das nicht schon oft genug in Super Mario Spielen gesehen hat Super Mario und Peach gewinnen Komm ehrlich Im Ernst Ja, ein Stern 6 Sterne zu 5 Durch diesen scheiß letzten Fußmatten Bonus Die scheiß Fußmatte Na ja Haben wir es jetzt abgeschlossen Aber halt nicht als Gold Ich glaube wir müssen es nicht als Gold abschließen Reicht auch so Na ja Im nächsten Part dann wahrscheinlich Eins von denen hier Partner Party Die Goldrauschmine oder vitaminreiche Wege Ja, mal schauen Im nächsten Part In einem weiteren Brett Bis dahin Dürfen wir noch um so zu gefallen haben Lass den Abo dann Wenn ihr nur auf meinem Kanal sitzt seid Und ja Nicht den nächsten Part Von Super Mario Party Mit dem Zwang Fürs Tapas Wollte Wenn es dann in die nächste Party geht Wollen wir dann vielleicht gewinnen Ja Irgendwann müssen wir noch gewinnen Na ja Dann würde ich mal sagen Haut da rein Bis dahin Tchao, tchao Tchao, tchao